Manchmal sind Zuschauer schwer zufrieden, oder? Dann zeige ich Ihnen eine Hände hinein. Darf ich Ihnen mal eine Flasche Bier bieten? Vielleicht, ja. Kennen Sie schon die verschiedenen Bierflaschen? Großmädig, wenn man nicht vermeiden und Dankeschön. Ich brauche nur die Flasche, dann ist das Glas da auch immer. Ich nehme die Flasche hier in das Säckchen herein. Jetzt kommt das Tollste noch einmal. Einmalen? Hoffnungsbogluss, haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, Sie haben sich ein CO2. Einmalen der Daten. Ich habe eine Flasche hier mit der Flasche. Ich habe einen Flasche, den wir da auch nicht machen. Ich habe einen Flasche hier mit der Flasche. Der scheint nicht beeindruckt. Der Tröpfel, der Applaus, war auch nicht so. Sagt ihr noch nicht? Ja, natürlich, ich halte dir dann. Vielen Dank.